ich begrüße euch zu einem nächsten display opening das machen wir heute ganz schnell ja es ist diesmal hier schaut euch das an das ist classic collection digimon card game ex 01 zeigt das noch auf der anderen kamera hier hat jetzt nichts mit mit der bt reihe so zu sagen zu tun es ist sozusagen ein 1 special set und hier sind die karten orientiert an dem oldschool karten set was ihr vielleicht kennt von früher ich bin jetzt super ehrlich ja ich habe hier ein display von geholt ich glaube ich werde auch nicht mehr davon holen dieses display besticht dadurch dass es zum beispiel 30 alternative artworks hat ja das ist schon eine menge also plus den beiden secretware theoretisch müsstet ihr 16 displays davon kaufen und immer verschiedene puls haben ja damit ihr das master set habt also sozusagen alle karten ich öffne das ding jetzt einmal ich habe es mir nur einmal geholt ich würde mich freuen wenn ich maschinen drum und bekomme war grämon sowieso imperial drum und dragon mode ich kenne ich habe mich hier auch nicht großartig spoilern lassen ich werde die preise wie immer einblenden und ja dann würde ich sagen gehen wir jetzt auch mal sofort hier hier rein in das display hier das ist der klassiker der box topper den habt ihr glaube ich immer deswegen die karte die wird teilweise bei ebay für fünf bis zehn euro verkauft leute für die bezahlt ihr bitte nicht mehr als ein oder zwei euro ja kleiner hinweis auch wenn die karte verdammt nice aussieht ja ihr seht auch hier schön diesen hollow effekt war grämon immer wieder ein fan favorite naja so gut es lief habe ich alles hier nennen wir das mal schnell warte mal test er gut ich wollte nur gucken ich habe einmal mich aufgenommen und da war da hat das mikrofon weil irgendwie schmackt das manchmal rum weiß auch nicht wieso schauen wir uns mal an was wir hier haben salamon tapiermon keramon stingmon metal marmemon demidevimon tentomon kabuterimon gato mon miotismon mega kabuterimon ok ja sehen trotzdem nice aus kann man nicht anders sagen und hier haben wir ogamon rare ex1 jetzt kommt ja der witz ich habe mir die karten jetzt nicht spoilern lassen also wenn ich jetzt hier irgendwie ein alternatives artwork verpasse seid mir nicht böse ich werde es im nachhinein denn einblenden so ich kenne nur ein paar karten hier aus diesem set aber ich sage euch jetzt schon mal eine sache wenn ex2 ja ex2 rauskommt da gibt es als secretware gibt es dort bild zum on full blast mode das ist eine karte die ich unbedingt haben muss und da werde ich glaube ich echt tiefer reingehen also da werde ich ein paar mehr displays kaufen wenn das irgendwann in der englischsprachigen im englischen erscheint togemon hagurumon magnaturamon emergency programs shutdown und infamon ok ich mache das jetzt auch echt ein bisschen schnell aber die letzten beiden videos sind fast beide echt eine ganze stunde elec mon ikaku mon togemon negaturamon andromon devimon ja devimon ist auch immer stylisch eigentlich ne so gauruga mon lady devimon auch cooles artwork birdramon etemon infamon wieder als rare und winrate 60% auch hier haben die die rare karten wieder diesen silbernen rahmen das war am anfang nicht so sicher aber vielleicht könnten wir hier was drin haben vielleicht mal unsere erste super rare und togemon ikaku mon elec mon werger mon tento mon guadro mon pitmon plesio mon phoenix mon kuwago mon und wie haben wir dahinter baptism bei feiern ja hier haben wir war grämon wieder gerade sozusagen heute mal schießt er oder nee er wird angegriffen anschein verteidigt sich so leute na ex wie morgen ist auch auf dem favorit tento mon metal tyrannomon verga rum und den dem im morgen salamon metal marmon eine der starter sozusagen wie patamon graymon das ist ja hier peldramon ok der sieht auch nicht schlecht aus und tyrannomon ist jetzt noch kein super rare gezogen jetzt kommt ja irgendwann bt7 das werde ich mir auf jeden fall holen das sind nämlich auch ganz geile chase karten am start urumon tapier mon garuda mon metal tyrannomon rose mon patamon graymon mega kabuterimon und gabu mon ich glaube das ist eine alternate art karte ich bin mir jetzt echt nicht sicher aber sie sieht ein bisschen anders aus leute wie gesagt ich habe jetzt nicht nachgeschaut den preis werde ich einblenden ja gabu mon ist ein starter da will ich gar nicht dagegen sagen den kennen wir weiter bekannter das ist cool dann mache ich jetzt mal hier hin ich hoffe es auch nicht auf dem handy nach beim display bett mache ich das damit ich ungefähr weiß welchen preis oder wie viel geld wir gezogen haben aber jetzt hier bei so einem normalen display opening das ist nicht so wichtig Stingmon, Biomon, Salamon, Pseudomon, Pilemon, Metalmamemon, Gomamon, Garuromon, Phoenixmon, Dinobimon, Metalgreymon, sieht auch nicht schlecht aus und Herkules Cabuterimon, unsere erste super rare Herkules Cabuterimon auch sieht ziemlich heftig aus den mochte ich auch immer gerne ist glaube ich nicht so der fan favorite bin mir da nicht sicher aber ich finde Insekten generell auch so ganz cool deswegen Zack den möchte man hier haben ich glaube die absolute Chase Karte ist Ultimate Youth heißt die oder das alternative Artwork dazu die kostet glaube ich so 60 70 Euro irgendwie in dem Dreh Angemon Caramon Alecmon und ansonsten Maschinenramon Secretware Alternate Art die wäre halt krass die sieht dann auch wieder aus wie wie nach mit diesem neuen Design Windrate 60% Infamon und hier muss ich mal schauen wenn ich da jetzt noch einige Karten finde dann werde ich die einzelnen nachkaufen wenn ich ein Display finde wo ich wo ich echt viele Karten feiere die ich echt echt David nice finde vom Design her dann kaufe ich da auch gerne die Displays aber so das war jetzt einmal mit dabei Wimon okay und Seraphimon sieht auch ganz cool aus Seraphimon jetzt sind wir schon fast hier bei der Hälfte Andromon Devimon Biomon Angemon Tapiemon Metal Tyrannomon Tentomon Argomon Piepmon Ethemon Oh ich hab ihn so gehasst Fight for your pride Tyrannomon So was ist hier los gerade Ich krieg das Pack nicht richtig auf So Ah hier sinds Elecmon Goomamon Stingmon Hagurummon Zurumon Kurisarimon Wizardmon Rosemon Birdramon Ethemon Und warte mal wie haben wir dahinter hinter Peldramon haben wir Diabormon Superrare Ich glaub das ist das normale Artwork Weil jetzt kommt der Hammer das alternative Artwork von Diabormon Zurumon hat genau das exakt gleiche Design nur dass der Background ein bisschen unterschiedlich ist werde ich einblenden Und da ich das jetzt auch hier nicht ansage werde ich noch einblenden ob es das alternative Artwork ist oder nicht Zurumon Palmon Andromon Devimon Megadramon Toremon Ikakumon 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 Lady Devimon Icewall Und MetalGreymon Wargreymon Alternate Art Wäre echt ganz schön Und auch generell Wargreymon Wargreymon Superrare Obwohl ich den schon hab den habe ich mir damals auf japanisch geholt Einzelnd Ich hab mir gerade ein Ich hab mir schon überlegt mir ähm Willste mal ein Fullblast Mode Einzelnd zu holen Aber das ist mal so eine Sache Ich werde ich wie gesagt ich sag das jetzt auch schon zum dritten Mal oder nee zum zweiten Mal Dass ich irgendwann ein Video mache so wie kaufe ich meine Digimon Karten worauf sollte man achten Hier Skullgreymon ist noch eine ganz geile Karte Ganz cool aus ne Den fand ich auch damals in der Serie heftig Und Kubagamon Ähm Nur ihr müsst immer aufpassen Auch was ich jetzt gerade siehe Äh BT7 Leute Hört auf Pre-Sale zu kaufen Ich meine das sagen euch glaube ich viele Karten YouTuber oder sonst was Hört auf die zu kaufen Die sind so schweineteuer immer im Pre-Sale Und da macht ihr also da habt ihr echt keine Freude dran Ich meine ich weiß nicht wenn ihr da jetzt irgendwie so das derbe Dicke habt Und ihr wollt da jetzt so Ja guck mal ich hab jetzt schon die Karten Okay aber Ey Peldramon Analog Youth Von Analog Youth Das Alternate Art Das ist die teuerste Karte in diesem Set Ja die ist es jetzt nicht Es kann sogar sein dass die als Rare hier ein oder zwei Euro wert hat Weil die wohl auch gespielt wird Bin mir nicht sicher Ich bin nicht in diesem Kartengame wirklich drin Ich gucke jetzt selber einige Digimon YouTuber Marios Gaming World kann ich immer weiter empfehlen Und die erzählen natürlich viel über das Spiel Diese Karte ist gut und bla 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 Und das gebe ich dann vielleicht manchmal weiter Aber ich selber hab wirklich nicht so den Schimmer von den ganzen Mechaniken und so Obwohl ich gehört habe dass das gar nicht so schlecht sein soll bei diesem Digimon Spiel Ex-Wimon Stingmon Pseudomon Kabuterimon Birdramon Magnatramon Winrate 60% Und Och das ist unsere zweite Alternate Art Karte Kuwagomon Das ist ja jetzt Ich habe eben gesagt dass ich Insekten cool finde Wollen wir mal nicht meckern Sag mal ist hier das überhaupt Die Ultimate Art Kart Aber ich glaube schon Dann haben wir jetzt schon die beiden Slots sozusagen gehit Also getroffen Jetzt kommen eigentlich nur noch Super Rares Das heißt nur noch Ja Aber dann geht ein bisschen so das Abenteuer dahin Dass man jetzt nicht mehr Den großen Pull machen kann Den großen Wurf Lillimon Negacabuterimon Tyrannomon Ach hier gibt auch noch eine Packung Ach ich sehe auch gerade mein Bildschirm ist hier voll mit im Bild Warte mal Bisschen zurück Weil echt der Schreibtisch hier Der ist so winzig Und was ich hier gerade alles angeklemmt habe ist echt Wahnsinn einfach Angemon Hagurumon Xwimon Salamon Tentomon Quadrumon Tapiemon Gartumon So haben wir wieder Skullgreymon Und Vanammiotismon Ja ihr seht auch ein bisschen seine Augen Haben auch wieder so einen Hollow-Effekt Das finde ich ja generell bei Digimon auch ziemlich geil Wenn ihr auch andere Super Rares habt Aus früheren Displays Manchmal auch wenn die ganz kleine Augen haben So wie bei Chaos Gallantmon Einer meiner Lieblingskarte vom Design her Die kostet selber nur 2-3 Euro Ja Da müsst ihr mal drauf achten Wenn ihr die unter gutem Licht hält Die hat ähm Die hat ähm Die hat einen richtig geilen Hollow-Effekt bei den Augen Und der ist eigentlich winzig Ja Aber der Teufel steckt ja oftmals auch im Detail Und sowas mag ich echt gerne So eine Kleinigkeiten Das verleiht dann dem Produkt nochmal eine gewisse Note Und ich finde ja meine Meinung Ich finde ja die Digimon Karten brauchen sich vom Design Viele überhaupt nicht zu verstecken von anderen großen Vertretern Ja von den großen 3 Ja Magic the Gathering, Yubioh oder Pokemon Das ist auch wie gesagt der Grund warum ich hier echt eingestiegen bin Ich habe ja Digimon früher auch geguckt als ich kleiner war Fand die Serie ziemlich cool Fight for your pride Ultimate Connection Vor allem das Die Serie war ja auch in gewissen Zügen Also Digimon Vor allem die erste Staffel War ja auch ziemlich hart mitunter Ja man so Wenn man noch kleiner war Man hat schon einige Serien geguckt Aber da sind einem ja auch teilweise grausame Charaktere begegnet Ja hier Wenimiotismon Oder war es Malumiotismon Wie er seine eigenen Leute umbringt Hey da habe ich damals als Kind gedacht Um Gottes Willen was ist hier los Ja Oder hier Puppetmon Dieser Pinocchio Verschnitt da Ey Ich habe den gehasst Genau wie Ethemon Ich mochte die einfach überhaupt nicht Und das ist echt selten Oh hier Wir haben ihn einmal gezogen Wargreymon Superrare Den möchte man natürlich immer einmal ziehen Wargreymon zu ziehen ist nie verkehrt Für mich immer noch das geilste Digimon überhaupt Finde ich geiler als Omnimon sogar Ja Und Black Wargreymon Ich finde die beide gleich nice Black Wargreymon hat natürlich immer noch seine Seine heftige tragische Geschichte Dass er am Ende zum Anti-Helden wird Durch seine Aufopferung Das wird man noch niemals vergessen Ja Wie er unsere Welt und die Digimon Welt Temporär sage ich mal beschützt hat Er sah vom Design auch ziemlich heftig aus Und darum auch immer noch die geilste Karte ey Black Wargreymon aus dem 1,5er Display Secret Rare Alternativ Art Die ich in meinen Shorts drin habe Das ist einfach die Definition von Badass Ogamon Rare und Metal Garurumon Superrare Ja das ist doch nicht schlecht Wir ziehen Wargreymon und Metal Garurumon Er ist bei mir in der Gunst ja auch wirklich gestiegen Oh was ist denn das hier Er ist bei mir in der Gunst gestiegen Als er damals wirklich Pinocchiumon oder Puppetmon Wie man ihn jetzt auch nennen mag Auf Eis gelegt hat Könnt ihr euch daran erinnern Und als Puppetmon dann sozusagen gelöscht wurde Davor hat ja sozusagen Sein Rückenteil hat ganz kurz einen Grabstein gebildet Müsst ihr mal drauf achten Das sind so eine Kleinigkeiten Eigentlich auch fiese natürlich Aber dass er seine Freunde immer gequält hat Kann man jetzt drüber diskutieren Aber ich fand das schon nicht schlecht Dass das nicht alles so Ja auf so Happy End immer getrimmt ist Am Ende haben sie ihn dann doch noch verändert Und er wurde nett Das ist bei Digimon eben nicht so Steht im starken Kontrast Wie zum Beispiel jetzt Pokemon oder so Da sind ja Oh Magna Anglemon Auch Ganz nice Vom Design will ich gar nicht sagen Ich habe am Anfang jetzt hier ein bisschen rum gemeckert Ist mich die Karten jetzt nicht so Aber wenn ich die jetzt so sehe Die sind ganz cool Am Ende zeige ich gleich nochmal alle Pulls Die Alternate Art Karten die ich jetzt gezogen habe Bin ich jetzt nicht so happy mit Also Garumon ist cool Ist Starter Der andere habe ich ja schon wieder vergessen Kovagumon oder was war das Da hätte ich lieber was anderes gezogen Gomamon Salamon Guadramon Exuimon Devimon Megadramon Elecmon Lady Devimon Metalethemon Patamon Leomon Den fand ich cool immer Und oh Dann ist eins von den beiden doch keine Alternative Wir haben echt die Secret Rare gezogen Maschinen Drummon Wie geil Guck das ist wieder genau mein Ding Maschinen Drummon Kann man finde ich auch schlecht was sagen Ja Das ist einfach auch wieder der Inbegriff von Alter Was willst du Der ist einfach krass Ihr müsst mal gucken Gebt mal bei YouTube ein Rage Moment Maschinen Drummon Und das ist von Von einem neueren Film oder einer neueren Serie Da ist auch Tai Erwachsen Und Argumon macht eine Rage Digi Evolution Zu Maschinen Drummon Nur ohne diese Waffen oben Das ging ab Da Ich guck mir nämlich Ich hab von Digimon nicht alles geguckt Aber so eine Sachen guck ich mir an Also dann wird ja eins von den beiden wird dann kein Alternatives Artwork sein Leute Guck Aber bei über 30 Alternativen Artworks Komm kann man das einmal auch verzeihen oder Gut Und die Maschinen Drummon Karte Ich glaub die ist so im 10 Euro Segment Angesiedelt Ungefähr Das Alternative Artwork ist ein bisschen teurer natürlich Ich glaub da sind wir bei 40 oder 50 Sieht auch richtig heftig aus Das Alternative Artwork von Maschinen Drummon Das ist auch glaube ich meine Lieblingskarte aus diesem ganzen Set hier Baptism by Fire wieder und Leomon Ich weiß auch gar nicht ob wir jetzt noch einen Pull hier haben Ich werde auch wieder Timestamps setzen Für die Leute die gar keinen Bock haben irgendwie das Opening zu sehen Die können einfach, guck das ist jetzt das letzte Display Die können einfach am Ende alle Puls darauf klicken Wo wir jetzt gleich ankommen XWiMon Biomon Metal Marmon Angemon Tapirmon Megadramon Ethemon Rosemon Gabomon WinRate 60% Und Ogamon So Machen wir das jetzt nochmal ganz flott hier Ja jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen Weil ich glaub das ist Weil ich glaub hier Gabumon Ich bin mir jetzt echt nicht sicher man Oder kannst du drei Hits haben Jetzt würde ich schon fast einmal gerne Komm, gucken wir uns jetzt einfach mal die Karten an die wir gezogen haben Maschindramon Das ist der Hit Da freu ich mich echt Richtig geil Magna Anglemon Auch noch ein stylischer Vertreter Metal Garurumon Ein Klassiker Genau wie Wargreymon Also in der Hinsicht echt Vanemmiotismon Hat auch was Kuvagomon Wird hundertprozentig Das wird hundertprozentig das alternative Artwork sein Seht ihr auch schön hier diesen Effekt Ne? Wie grad machen die schon nice Diaboromon Herkules Kabuterimon Herkules Kabuterimon Gabumon Ich mein Gabumon haben wir doch auch schon Ich lass mich einmal ganz kurz schauen Mein PC ist schon wieder am Streiken Gabumon EX One Okay, das ist die normale Alt Art Das dauert jetzt hier gerade Ihr habt ja jetzt eigentlich schon alles gesehen Die scheint sogar echt einen ganz guten Preis zu haben Was ich hier grad sehe Wenn ich mich nicht täusche Ebay Am 30.01. für 24,90 Euro verkauft Ja wieso aber warum Da haben wir hier zwei alternative Artworks bekommen Das wäre Kuvagomon EX One Alt Tatsächlich Das ist ja echt Wahnsinn Zwei alternative Artworks Und eine Secret Rare Ich weiß nicht ob die Secret Rare in diesem Fall Einfach den Slot einnimmt Einfach von einem normalen Super Rare Ich kenn hier die Pulse Ich hab mich mit diesem Display echt nicht so beschäftigt Aber echt Da haben wir ja echt krasse Pulse gemacht Heftig, heftig Meine Güte Da kommt dann ja sogar ein bisschen was an Value zusammen Hätte ich jetzt hier nicht gedacht Ja In den meisten Fällen Wenn die Erwartungen nicht so hoch sind Ist es meistens immer am besten Genauso wie wenn man ins Kino geht Ja Denkt immer meistens Der Film ist scheiße Dann wird es meistens gut Ansonsten wird man nur enttäuscht Ja Dann sind das hier unsere unsere heftigen drei Pulse Also da können wir uns ja echt nicht beschweren Heftig Ja Gabumon wird so Mitte 20 30 Das Display kostet so 60 Ja Vielleicht sind wir Insgesamt 40 oder 50 gekommen Werde ich am Ende auch nochmal einblenden Ja Aber gut Leute das war es doch schon Machts gut Wir werden uns beim Beim nächsten Display Opening sehen Vielleicht Display Battle Vielleicht mach ich Brilliant Stars Versus Und dann zwei Gleiche Yu-Gi-Oh Displays Ja Aber ich mach das jetzt nicht länger Machts gut euer Alphan Bis zum nächsten Mal